Julian, an deinem ersten Tag beim SVB in Wiesmann bist du heute Zaungast beim Testspiel. Von deinem ersten Eindruck kann man wahrscheinlich noch nicht viel sagen. Wie war die Reise hierhin? Ja, es war gut. Es hat alles geklappt. Der Verkehr war auch okay und es hat alles gepasst. Was war jetzt ausschlaggebend, dass du jetzt für zwei Jahre vom 1. FC Nürnberg an den SVB in Wiesmann ausgeliehen wurdest? Ja, ich wollte halt wieder spielen und Spielpraxis sammeln und so hoch wie möglich. Und ich hatte mit Wien in Wiesmann gute Gespräche, hatte da ein gutes Gefühl und deswegen denke ich, dass es der richtige Weg ist. Hast du die dritte Liga im letzten Jahr verfolgt? Ja klar, schaut man sich ab und zu ein paar Spiele an und verfolgt die Tabellen und Ergebnisse. Und ja, also ich kenne mich da schon ein bisschen aus. Also weißt du, was diese Saison auf uns zukommt? Ja, ich denke schon, dass einige Gegner, haben wir ja auch so in Testspielen oder so gespielt, also ich denke schon, was da auf uns zukommt. Was hast du dir persönlich vorgenommen, was mit der Mannschaft? Ja, persönlich für mich will ich möglichst viele Spiele machen, gute Spiele machen, vielleicht ein paar Tore und Vorlagen und dann mit der Mannschaft helfen. Ich denke mit der Mannschaft ja, dass wir natürlich vorne mitspielen wollen, oben mitspielen und dann halt schauen müssen, wie weit es nach oben geht. Alles klar, Dankeschön. Bitte.